Hallihallo, hallöle, es ist mal wieder soweit für ein Trailer-Showcase. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und ich möchte eure Trailer und eure Demos zu euren Projekten auf meinem YouTube-Kanal zeigen und eure Spiele gemeinsam mit euch feiern. Die Abgabe ist der 4. Oktober, 23.59 Uhr, ihr habt also einen Monat lang Zeit, eure Trailer und Demos zusammenzuschrauben für dieses Event und mir zukommen zu lassen. Ähm, Trailer dürfen maximal 5 Minuten lang sein, die ladet ihr einfach auf YouTube hoch als nicht gelistet und schickt mir dann einfach über Discord oder über das GameDev Café einfach den Link zu dem Video. Ähm, genau, Demos ladet ihr irgendwo hoch, Dropbox, OneDrive, whatever und dann schickt mir einfach einen Download-Link zu euren Demos. Die Demos werde ich nicht komplett spielen, stellt euch darauf ein, also im Zweifel einfach den Startpunkt an eine günstige Stelle setzen oder einfach eine Demo zusammenschrauben, die grob darstellt, was das Spiel darstellen soll. Genau, die Demos und Trailer dürfen keine deutliche Darstellung von diesen Themen dort beinhalten und die Musik muss natürlich YouTube-tauglich sein, sonst müsste ich die im Zweifel muten und das wollen wir ja, denke ich mal, an dieser Stelle nicht. So, ich denke mal, alles sollte klar sein diesbezüglich zu den Regeln. Wenn nicht, ähm, stellt einfach eure Fragen noch in den Kommentaren oder einfach direkt bei mir im Discord oder im GameDev Café, alles auf jeden Fall verlinkt in der Beschreibung irgendwo. Genau. Ähm, super. Dann gibt es natürlich auch Preise. Ähm, ich verlose 10 mal 10 Euro Guthaben an die Leute, die einen Trailer hochgeladen haben und mir geschickt haben. Ähm, wer nur eine Demo schickt, ist von der Verlosung ausgeschlossen, also macht auch einfach mal einen kurzen Trailer. Sollte ja kein Problem sein. Ähm, wenn 20 oder mehr Trailer eingereicht werden, würde ich das Ganze verdoppeln auf 20 mal 10 Euro Guthaben. Easy Money, würde ich sagen. Einfach mal einen 5-Minuten-Trailer zusammengeschnibbelt, vielleicht sogar einen One-Cut. Einfach 5 Minuten straight Gameplay aufgenommen und hochgeladen und zack, bumm, 10 Euro verdient. Also das ist richtig Easy Money, würde ich sagen. Und gleichzeitig wird noch euer Spiel beworben. Also was wollt ihr eigentlich mehr? Es wird noch eine Abstimmung zum besten Trailer geben, aber ohne Preisgeld. Ich finde, das Konkurrenzdenken tut unserer Community nicht unbedingt gut, aber manche wollen ja trotzdem wissen, ob ihr Trailer gut war oder nicht. Und eine Abstimmung ist ja auch irgendwo mit einem Lerneffekt verbunden. Ähm, und da bin ich ja auch auf jeden Fall dafür. Na, des Weiteren werden eure Trailer dann circa ein Jahr lang in meinem YouTube-Kanal beworben. Ich werde hier eine Playlist anlegen mit dem Showcase 2024 und hier sind dann eure Trailer dann statt dem Showcase 2023 zu sehen. Das heißt, jeder, der in meinen Kanal reinklickt, wird dann auch relativ weit oben dann die Trailer finden von euch. Ähm, das ist, denke ich mal, auch ein ziemlich cooler Preis. Mehr Werbung kann ich für euch halt echt nicht machen, okay? Mehr geht halt einfach nicht. Ähm, genau. Ähm, ja. Ja, gut. Das dazu. Dann Streamplan. Wir haben auch einen Streamplan, macht ja Sinn. Am 18. Oktober wäre die Trailer-Show. Am 19. und 20. Oktober jeweils eine Demo-Show. Wie gesagt, ich werde die Demos nicht durchspielen. Ich plane im Vorfeld dann, je nachdem, wie viele Demos mir geschickt wurden, wie viel Zeit jede Demo grob hat. Und dann schauen wir mal einfach, okay? Im Zweifel mache ich vielleicht noch eine dritte Demo-Show. Aber das kündige ich dann spontan an. Ähm, am 26. Oktober wäre dann die Verlosung des Preisgeldes und noch etwas Nachbesprechung. Da könnt ihr auch nochmal Änderungswünsche live mit mir besprechen, etc. pp. Weil wir werden sicherlich auch noch ein Event 2025 machen, wenn es denn Bedarf gibt und Interesse, ne? Genau, das war's soweit. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare oder in Discord oder ins GameDev Café. Einfach Fragen stellen. Ähm, alles natürlich verlinkt. Also Discord und GameDev Café in der Beschreibung. Da findet ihr das auf jeden Fall. Genau. Ähm, genau. Dann nochmal ein ganz anderes Thema. Und zwar der Counter-and-Chaos-Gem ist jetzt mehr oder weniger durch. Beziehungsweise die Spiele wurden abgegeben. Und jetzt werden die Spiele gespielt. Das ist nämlich wichtig, weil ihr solltet nämlich auch abstimmen, welche Spiele euch gefallen haben. Ihr habt zwei Antwortmöglichkeiten. Ihr könnt für zwei Spiele abstimmen. Und ja, dafür habt ihr noch ca. 27 Tage Zeit. Hier könnt ihr die Spiele runterladen, alle. Könnt ihr auf jeden Fall spielen. Wird auch verlinkt in der Videobeschreibung. Macht das auf jeden Fall. Spielt die Spiele. Ich werde sie streamen ab diesem Freitag. Und da schauen wir dann einfach mal gemeinsam in die Games rein. Ich werde sie in den Streams aber nicht bewerten, weil ich Teil der Jury bin. Ich bin Teil der Jury und werde sie dann separat für mich bewerten, außerhalb der Streams. Ich werde in den Streams sicherlich sagen, was mir gefallen hat und was nicht an den Spielen. Aber keine endgültige Wertung abgeben. Nur zur Info. An sich hat mir das Event sehr gut gefallen. Waren tolle Mechaniken. Und ich bin unglaublich gespannt, was draus geworden ist. Also ich habe gar keine Ahnung, was die Leute daraus gemacht haben. Ich danke an dieser Stelle Thrapstery auch für diese wunderbare Idee mit den 20 Mechaniken. Die hat mich ja auch beflügelt, ein cooles Game zu machen mit euch zusammen. Wenn ihr euch erinnert. Panzertrio vs. Rebellen. Da ist es gelistet. Das haben wir gemeinsam gemacht mit der Community. War mega cool. Auf jeden Fall. Ist natürlich nicht das beste Spiel dort. Aber es ging ja auch um den Spaßfaktor. Und ja. Ich finde ein bisschen schade, dass jetzt nicht so viele von euch dabei sind aus meiner Community. Die aber juckt. Ist egal. Ich bin trotzdem zufrieden. Auf jeden Fall. Cooles Event. Ich freue mich drauf, die Spiele zu spielen. Schaut da vielleicht Freitag mal in meine Streams rein. Ähm. Genau. Ja. Dann gibt es da auch noch eine Verlosung von mir. Ähm. Das weiß ich aber jetzt noch nicht genau, wann die stattfinden wird. Wahrscheinlich Ende des Monats. Irgendwann Ende September. Denke ich mal. Auf jeden Fall, nachdem ich alle Spiele gespielt habe. Vielleicht auch schon in zwei Wochen oder so. Mal gucken. Ähm. Genau. Da werde ich auch noch mal eine Verlosung machen. Das soll ja auch alles rechtens sein. Von mir gibt es nämlich auch noch mal Preise. Für die Teilnehmer. Und ich sage an dieser Stelle auch nochmal Danke an meine Channel Members. An meine Kanalmitglieder. Weil ohne diese Kanalmitglieder wären diese Events und vor allem die Preisgelder nicht möglich. Also danke Quayuzzi. Danke Kizaragi. Danke Rayo. Danke Michael. Danke Malachin. Danke Mr. Klammer. Danke Johannes. Äh. Danke Neokrypton. Danke Amelia. Danke Murdoch. Äh. Desil. Helmut. Mr. Beknackte Mann. Lianora Michaels und Mi Universe. Danke an euch alle. Ihr macht es möglich. Und ich denke mal die Community dankt es euch auch. Weil sie tolle Preisgelder bekommt für coole Events. Auf jeden Fall. So. Hier nochmal der Streamplan. Screenshotet euch den oder so. Und ich sage an dieser Stelle. Ciao. Tschüssi. Fragen in die Kommentare. Nicht vergessen. Fragen in die Kommentare.